Manchmal ist man himmelhoch jauchzend und manchmal zur Theotode betrübt. Und das wirkt alles auf unseren Körper ein. In diesem Video erfährst du, was du dafür tun kannst, um deine Ebene, die psychische Ebene in diesem Fall, zu erhöhen. Dass es dir besser geht und du aufgerichtet, sage ich jetzt mal, durch das Leben gehen kannst. Mein Name ist Nicole, ich bin Expertin für Yoga und Beweglichkeit und ich möchte dir heute ein bisschen was über die psychische Ebene erzählen. Ich habe im letzten Video über die Körperebene, über die grobstofflichste Ebene, also wir kennen ja unsere Körperebene, ein bisschen was erzählt und natürlich auch Praxisübungen dazu gemacht. Also wenn du noch nicht deine Matte ausgerollt hast, kannst du das tun, weil wir machen nachher noch ein paar Praxisübungen. Wir steigen mal in die psychische Ebene ein. Die psychische Ebene wirkt sehr stark auf die Körperebene. Das können wir erkennen, wenn es uns gut geht, dann sind wir aufgerichtet. Dann ist auch die Wirbelsäule aufgerichtet. Wenn es uns nicht gut geht, dann sinken wir nach innen ein. Und deshalb ist es so wichtig, immer wieder, ich sage mal, eine psychische Hygiene an den Tag zu legen, um mal immer wieder zu gucken, geht es mir heute gut, warum geht es mir nicht gut. Und wichtig in der momentanen Zeit ist es, dass du Zeit hast für dich, für die Ruhe. Also gerne mal die Informationen, die auf dich täglich einpreschen durch Fernsehen, durch Social Media, durch Zeitungen. Mal die für einen Moment außen vor lassen, weil die machen so viel mit der Tüche. Und sie bringen uns immer mehr in die Angst. Und wenn wir sehr, sehr ängstlich sind, dann ziehen wir uns zusammen körperlich. Wir wollen aber aufgehen und dafür ist dieses Video da. Wenn du mehr über die Körperebenen mal wissen möchtest, dann verlinke ich dir auch unter dem Video mein Kompaktprogramm. Da gehe ich noch tiefer auf die Ebenen ein und was du noch alles tun kannst, für einen Spottpreis zu erhalten, weil ich möchte, dass die Menschen wieder in ihre Kraft kommen. Und jetzt roll die Matte aus, wenn du sie noch nicht ausgerollt hast. Los geht's! Ich freue mich zur Praxis deiner Tücher oder der Tüchenhygiene. Wenn es deiner Tüche gut geht, geht es dir auch gut. Aber im Moment ist das bei vielen nicht der Fall. Und deshalb ist es so wichtig, sich immer mal wieder auszuklinken und deine Tücher zur Ruhe zu bringen. Da gibt es super Atemübungen, da gibt es aber auch super Körperübungen. Und ein paar stelle ich dir heute vor, die du machen kannst, um sozusagen deine Tücher zu erheben. Erheben und dann geht's dir auch gut. In diesem Sinne, viel Spaß mit den Übungen. Komm erstmal tief an und schließe deine Augen. Atme erstmal tief ein und aus. Und dein Körper wird dir immer sagen, ob es dir gut geht oder nicht gut geht. Und du kannst jetzt auf der Körperebene, jetzt mal ganz kurz auf die Körperebene, auf deine Tüche einwirken. Richte dich mal innerlich auf, nicht äußerlich. Richte dich mal innerlich auf. Nicht mit Muskelkraft, sondern mit Atemkraft. Wir nehmen noch die Arme dazu. Atme mal ein, bring die Arme nach oben. Mach dich ganz lang und atme jetzt mal aus und bring die Arme nach unten. Das machen wir jetzt noch zweimal. Also wirklich nach unten. Einatmen, einatmen, bringst du die Arme nach oben. Du verbindest sozusagen die oberen und die unteren Energiezentren miteinander und reinigst jetzt die oberen Energiezentren. Reinigst sozusagen deine Psyche, weil die Psyche sitzt ja hier oben. Und eins kannst du dir ganz gewiss sein, die Hälfte beziehungsweise drei Viertel von dem, was deine Psyche dir erzählt, ist nicht wahr. Ja, und insofern immer mal wieder gucken, hat sie recht oder nicht recht. Jetzt möchte ich mit dir eine Übung machen. Dazu gerne in den Fersensitz beziehungsweise jeden Sitz, den du möchtest. Ich gehe da ein bisschen gerne in den Meditationssitz, weil ich da ein bisschen höher bin. Du kannst dich übrigens auch auf den Stuhl setzen. Wichtig ist, du bist aufgerichtet. Das ist ganz wichtig. Innerlich aufgerichtet. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Ja, dein Kinn geht leicht zum Kehlkopf. Und jetzt breit mal wie ein Vogel deine Flügel aus. Ganz erhaben. Du bist sowas von erhaben. Die Übung ist schwer. Bringst deine Arme einatmen nach oben. Wie ein Vogel. Und ausatmen nach unten. Einatmen nach oben. Ausatmend nach unten. Und jetzt wirst du schneller. Ja, du wackelst sozusagen mit deinen Armen. Ich atme nicht so laut, damit ich dich nicht störe. Du kannst total laut atmen. Und diese Übung, wir machen sie heute nicht so lange, aber diese Übung kannst du ein bis drei Minuten machen. Und du wirst merken, dass die Übung mit der Zeit immer schwerer wird. Und das ist eine super Übung, die ich dir an die Hand geben möchte. Also wenn du eine Übung machen möchtest, dann ist das die Übung, die ich dir ans Herz legen möchte. Jetzt atme ein, schiebst sozusagen deine Arme noch mal auseinander. Atme aus, du hast ganz leer, bringst deine Fingerspitzen nach unten, die Schultern auf und lass deine Hände sinken und spürst mal, wahrscheinlich hast du schwere Arme jetzt, Unterarme, spürst mal der Übung nach. Dann öffne die Augen wieder. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Armen und bleiben bei deiner Energie, weil die Energie will hochgehalten werden. Dazu geh gerne in den Stütz, bringst deine Fingerspitzen leicht nach außen, nur leicht und deine Beine nach hinten. Beide Beckenknochen sind jetzt sozusagen parallel, also nicht aufdringend, sondern parallel und hebst die Arme an. Jetzt geht dein Verstand, deine Psyche ausatmend nach unten und einatmend wieder nach oben. Aus und ein. Schließ die Augen, bleibst bei dieser Bewegung. Wir machen sie jetzt noch zweimal. Geh nur so tief, wie du kannst, ja, du musst keine Liegestütze machen, auch so eine kleine Bewegung reicht schon aus, weil dein Kopf sinkt ein bisschen tiefer und Energie kommt in den Körper. Ein letztes Mal. Stell dein Knie wieder ab, mach dich mal ganz rund, ganz rund wie so eine Katze. Atmest auch in der Katze ein und aus. Jetzt streck deinen Kopf wieder und deine Fingerspitzen, die jetzt außen waren, wandern leicht nach hinten, nur leicht und streckst dein linkes Bein aus, hebst es an und machst die gleiche Übung. Aus und dein Becken ist parallel. Noch zweimal. Jetzt bist du so schön in der Vorbeuge, jetzt bringst du das Bein nach unten und legst dich in der Vorbeuge hin, streckst deine Beine lang aus und drückst dich nach oben in die Sphinx. Also du öffnest hier den Herzbereich nach oben, drückst sozusagen dein Schambein nach unten und richtest dich so weit auf, wie es geht. Die Schultern sinken und bist ganz erhaben. Und in der Sphinx atmest du ein paar Mal ein und aus. Schließ die Augen, konzentrier dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Ja, und die Sphinx vermittelt dir, du bist der Herr der Lage oder die Frau der Lage. Ja, die Sphinx vermittelt dir so einen Überblick. Du hast den Überblick über dein Leben. Noch einmal ein- und ausatmen. Und aus der Sphinx bringst deine Hände links und rechts neben die Brust, stellst deine Füße aus. Und aus der Sphinx drückst du dich nach oben, entweder in den Hund, der nach unten schaut, oder wenn das dir vom Stützen her nicht geht, dann bringst du die Arme nach vorne und kommst in den Panther. Lässt den Kopf locker, beziehungsweise wenn du sehr beweglich bist, auch den Kopf auf den Boden. Der Hund nach unten und der Panther, das sind die zweiten Übungen, die ich dir ans Herz legen will, die auch gut gegen Depressionen sind. Wichtig ist, du atmest, egal welche Haltung du jetzt hast, tief ein- und aus. Noch ein letztes Mal. Bringst dann die Knie wieder zum Boden, gehst in den Sitz deiner Wahl und spürst jetzt mal der Übung nach, beziehungsweise den Übungen. Und wir machen jetzt nochmal die Atemübung, die wir ganz am Anfang gemacht haben. Sammel nochmal alles ein, was zu dir gehört ist. Sammel das ein und bring es jetzt nach unten. Wir ändern die Übung ein bisschen ab und bring es zu deinem Bauchnabel. Verleihbe es dir sozusagen ein, einatmend nochmal alles an Energie, was dir gut tut, sammelst du ein und bringst es vor deinem Bauchnabel. Ein letztes Mal. Und jetzt lege deine Hände auf den Bauchnabel. Rechts zuerst links drauf, weil rechts mag dein Bauchnabel sehr, weil das das Feuerzentrum auch in dir ist. Und du atmest jetzt in deinem Bauch hinein und somit rutscht das Gedankenkarussell zu deinem Herzen und noch tiefer zu deinem Bauch und wird dort mit der Energie des Bauches verhedelt. Jetzt nimmst du deine linke Hand, legst sie auf das Herz und die Energie fließt jetzt von deinem Bauch nach oben zum Herz und wieder runter. Du brauchst nichts zu tun, die fließt einfach. Du hast deine Hände jetzt drauf. Machst es noch einmal. Du kannst jetzt das Video gerne anhalten, wenn du noch weiter so sitzen möchtest. Ich beende jetzt das Video. Bedanke mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Über einen Daumen hoch oder wenn du meinen Kanal abonnierst. Und bis zum nächsten Mal.